Das BITO Produktprogramm bietet neben Regalen und Behältern auch eine sehr große Auswahl an Zubehör. Komponenten zur Sicherheit und zum Schutz und der Kennzeichnung der Regale, als auch Produkte für die Unterstützung des innerbetrieblichen Transports. Mit dem modular aufgebauten Arbeitsplatzsystem BITO Tech können Sie auf einfache Art und Weise einen funktionalen und professionellen PC-Arbeitsplatz für den Lager- und Kommissionierbereich aufbauen. Genauso lässt sich ein Packtisch einrichten, der Schneidvorrichtungen und Klebemitteln Platz bietet. Mit dem BITO Tech System können Sie Arbeitsplätze individuell gestalten, im Lager und der Werkstatt. Beantworten Sie die Frage der Woche auf der BITO Facebook-Seite und gewinnen Sie einen schicken Schreibarbeitstisch aus dem BITO Tech System. BITO Tech System BITO Tech System ild Untertitelung des ZDF, 2020